www.sculpt-fitness.de 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 Dreh jetzt deinen oberen Körper nach rechts auf und wenn du jetzt sagst, es geht nicht weiter, öffne erstmal deine Arme und die Handbremse und die Zeit. Die Finger stimmen so ganz weit auf die Munde. Jetzt könntest du eigentlich noch ein Stück mehr öffnen, jetzt drehst du dir die hinteren Ferse komplett an. Und hier stoppt du zu einem Moment. Jetzt müsstest du an einem Ballauspunkt angekommen sein. Ballauspunkt, deshalb kannst du daraus produzieren. Pack ein bisschen mehr Gas mehr hoch und versuch mal deine Beine auf den Boden zu rißen. Du musst dich dann noch ein bisschen mehr fallen lassen, darfst du. Halt, du musst dich an Atem fließen. Das ist wieder der Ballauspunkt. Und aus dieser Ballauspunkt heraus wird die Hörspflanze in den Oberkörper nach hinten dreist. Und wenn du angekommen bist, ziehst du deine Beine in den Oberkörper dran. Taschen Teuf preserien. Et también wird das Buh sequence und bevorfangs Lost in den Oberkörper klappt auch mal die Handbremse Untertitelung des ZDF, 2020